Hallo zu einer neuen Folge Gothic 2 Die Nacht des Raben Wir machen einfach mal wieder weiter hier am Söldnerhof So wir haben in der letzten Folge 2 Trolle besiegt Die waren mal einfach mal dreimal so groß wie wir Zehnmal so stark wie wir Aber naja mit bisschen Taktik sagen wir mal so Ging jedoch schon ziemlich locker K.O. So, welches Würstchen verdreschen wir denn heute? Wie wärs denn mit Rod? Der sieht ziemlich schwach aus mit diesen super Muskeln Und dieser 1A Waffe die er da trägt Naja, gucken wir mal Alles klar? Was willst du Wurst denn von mir? Wie siehts aus? Das geht dich nichts an, Schwächling Sehr freundlich Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Hör zu Junge, man braucht viel Kraft um eine Zweihandwaffe zu führen Warum gehst du dich lieber auf die Weide und spielst eine Runde mit den Schafen? Versteh Ich will mich den Söldnern anschließen Schwächlinge können wir hier nicht gebrauchen Mhm Ich bin stark genug Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten Ich sagte, ich bin stark genug Ich lag nicht tot Willst du's auf ne Wette ankommen lassen? Natürlich Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen So Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie ne arme Wurst Sagen wir 30 Goldstücke Hast du überhaupt so viel? Hm Klar Dann lass mal sehen Hier Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist Ich kann die Waffe nicht anlegen Hehehe Sag ich doch Ja Und jetzt gib mir meine Waffe wieder Hm Nein Ich denke nicht Was war das? Ich glaube ich werde sie noch ein bisschen behalten Na warte du Mistkerl Ja, scheiße, ne Jetzt hast du keine Waffe Jetzt hat der Typ keine Waffe Ja Oh Gott, ein Kampf Fertig Ja, so ist gut Boah, er hat trotzdem ziemlich viel Stärke, aber Ich mach ihn platt Mach alles Fertig Au Zeig sie Mach ihn fertig Mach ihn fertig Lass dir nichts gefallen Den wirst du ja wohl schaffen Ja Ja Sieht man ja, ne So einen armen kleinen Bauern-Tölpel Den schafft er nicht Ja, alles So ist gut Schlaf dir nicht zu wollen Mach ihn fertig Das gibt's doch gar nicht Immer fest und rauf Na? Ja, so ist gut Ach Du Würstchen ey Du hast doch keine Chance Das gibt's doch gar nicht Die sollen nämlich platt machen mit seinen Fäusten Bleib dran Immer feste drauf Ja, den wird's ja wohl schaffen Das gibt's doch gar nicht Vorsicht Lass dir nicht gefallen Tja War schon ziemlich dumm, mir deine Waffe zu geben, Digga Ja, so ist gut Und geh Das gibt's doch gar nicht Vorsicht Den wirst du ja wohl schaffen Na komm, 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 komm Oh War ein netter Versuch, Digga Naja, ich knopf dir jetzt nochmal elf Goldstücke ab Natürlich zu meinen 30 zusätzlich Ach, das war wunderschön, nicht wahr? Ja, du hast vollkommen recht Irgendwann muss das einfach mal so kommen, dass der Typ einfach mal auf die Fresse kriegt Na? Rot Deine Mutter Ja Hier hast du dein Schwert zurück Hier hast du dein Schwert zurück Wurde auch Zeit Jo Okay Ja Dem Hab ich's jetzt aber mal gegeben Also Der wird Nimm mal so schnell aufstehen Na Lag ich in deinem Bett? Also das tut mir jetzt aber nicht leid Wer bist du denn? Gunnar Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögeln Das ganze Gesindel, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier Die Kerle kamen echt von überall her Die Söldner kamen von überall her? Ja Ein Großteil kam aus der Strafkolonie Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden Sie haben dort wohl Orks gejagt Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern Okay Okay Ja die Söldner kam einfach so, die sind voll Unnett Wir dürfen da rein Wo willst du denn hin? Na ins Haus Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen Ich will mit Lee reden Was willst du von ihm? Ich kenn ihn von früher Du bist ein Kumpel von Lee? Ich glaub dir kein Wort Aber geh rum Wenn er sich nicht an dich erinnern kann, wirst du es schon merken Lee ist im rechten Flügel Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben Ach sei ruhig, du Hampelmann Mein Gott, ich war selbst Söldner Khaled Alles klar bei dir? Wenn es was wichtiges ist, rede mit Lee Ansonsten lass mich in Ruhe Alles klar Ich kann das nicht glauben So Hier ist noch ein Söldner, noch ein Söldner Und da ist er auch Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Was machst du denn hier? Ich dachte du wärst tot Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat Das war ich auch Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier Ich muss dringend mit den Paladinen in der Stadt reden Kannst du mir helfen zu ihnen zu kommen? Was willst du von den Paladinen? Das ist eine lange Geschichte Ich habe Zeit So Xardas hat mich auf eine Mission Er will, dass ich ein mächtiges Amulett beschaffe Das Auge Enos Du bist also noch immer mit diesem Dämonenbeschwörer im Bunde Verstehe Und die Paladiner haben dieses Amulett So viel ich weiß ja Ich kann dir helfen zu den Paladinen zu kommen Allerdings erst wenn du einer von uns bist Oh man Wie kannst du mir helfen zu den Paladinen zu kommen? Vertrau mir Ich habe einen Plan Und ich glaube du bist genau der Richtige dafür Ich bringe dich zu den Paladin Und du tust mir dafür einen Gefallen Aber zuerst schließ dich uns an Aber bitte dann ohne verdeckte Operation So wie in einer freien Mine Wir haben die zwar da richtig rausgebombt Aber... Es war grauenvoll Was genau tust du hier? Ganz einfach Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen Und genau das tun wir auch Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sollt Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab Und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache Wie soll dein Angebot aussehen? Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland Du wirst mehr erfahren, wenn es so weit ist Ich kenne natürlich schon Lies Geschichte und was er vorhat, aber das wäre jetzt natürlich Spoiler Ich will mich nicht euch anschließen Gorn hat von mir erzählt Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Klar Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladin und Orcs gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien Aber so hat es keinen Sinn, armer Teufel Verdammt Ja, das ist natürlich ziemlich scheiße, aber was willst du machen? Da rein ist purer Suizid, da ist Ona Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Schön Hm, ich hab gehört, du lehnst dich gegen die... Ich hab gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf? Jetzt hör mal gut zu Ich habe diesen Hof und das Land von meinem Vater geerbt Und der hat ihn von seinem Vater geerbt Ich werde nicht zulassen, dass dieser gierige Schwachkopf von König sich das... Der Krieg mit den Orcs... Blablabla... Jupp doch eh kein... Ona, du bist nutzlos Einfach nur... Nutzlos Was haben wir denn überhaupt für eine Quest von Dingens bekommen von... Äh... 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 Wie heißen deine Kollegen nochmal? Torloff Genau... Kampfkunst verboten... Die verbotenen Weiderleger... Haben wir gar nichts von ihm bekommen? Hey! Ich will mich den Söldnern anschließen So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann Stell mich auf die Probe Hat Li dich zu mir geschickt? Nein Was quatschst du mich dann voll? Ja Ja... Ja... Ich könnte diese Quest eigentlich auch annehmen, ne? Ich meine, Quest kann ich ja so lange annehmen, solange ich jetzt nicht sage, ich werde Söldner Äh... Red ich mal kurz mit... Äh... Tisch Nicht mit Tisch, sondern mit Li! Ich will mich euch anschließen Ich hatte gehofft, dass du das sagst Ich kann hier jeden fähigen Mann gut gebrauchen Die letzten Söldner, die ich aufgenommen habe, machen nichts als Ärger Du kannst im Grunde direkt anfangen Naja, vorher müssen noch ein, zwei Dinge geklärt werden, aber das ist halb so wild Was muss ich klären, bevor ich bei euch mitmachen kann? Ona, der Grundbesitzer, ist derjenige, der uns hier beschäftigt Nur mit seinem Einverständnis kannst du auf dem Hof bleiben Und dann sind da noch die Jungs Erst wenn die Mehrheit der Söldner dafür ist, dass du mitmachst, kann ich dich aufnehmen Aber geh nicht zu Ona, bevor nicht alles klar ist Er ist ein sehr ungeduldiger Zeitgenosse Ich auch Wie kann ich die Söldner von mir überzeugen? Am besten, indem du das machst, was von dir als Söldner erwartet wird Rede mit Torloff Er ist meistens draußen vom Haus Er wird dich auf die Probe stellen Wenn du dabei nicht versagst Hast du dir schon einen großen Teil des nötigen Respekts verdient Er wird dir auch alles andere erzählen, was du wissen musst Was weißt du über den Ring des Wassers? Das hätte ich mir ja denken können Du musst dich natürlich wieder überall einmischen Komm schon, spuck's aus Ich habe nur am Rande damit zu tun Ich weiß, dass es hier diese Untergrundgilde gibt Und dass die Wassermagier dahinter stecken Seit dem Fall der Barriere bin ich nicht mehr an das Abkommen gebunden Das ich damals mit den Wassermagiern eingegangen bin Wenn ich helfen kann, tue ich das natürlich auch heute noch Aber meistens habe ich meine eigenen Probleme Und kaum noch Zeit für andere Dinge Wenn du mehr darüber erfahren willst Dann solltest du vielleicht besser mal mit Kurt sprechen Er ist einer von ihnen, soviel ich weiß Schön, dass du es einfach so verrätst Okay Ja, was man von einem Söldner erwartet Ich würde mal sagen, plündern und morden Mehr nicht Na gut Nun sprechen wir mal hier mit Torloff Von mir erfährt keiner was Stell mich auf die Probe Hat Lee dich zu mir geschickt? Er sagte, du würdest mir weiterhelfen Gut, dann wollen wir mal Es gibt zwei Dinge, die du tun musst, bevor du bei uns mitmachen kannst Erstens, du musst beweisen, dass du fähig bist, die Aufgaben zu meistern, die du als Söldner zu erfüllen hast Ich werde dich auf die Probe stellen Und zweitens, du musst dir den Respekt der anderen Söldner verdienen Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll Wie verdiene ich mir den Respekt der anderen Söldner? Den meisten wird es reichen, wenn du meine Aufgabe erfüllst und deine Probe bestehst Aber einige unter ihnen wirst du auf andere Art überzeugen müssen Manche werden versuchen, deine Situation auszunutzen Und wie der anderen passt vielleicht deine Visage nicht Du solltest versuchen, mit möglichst vielen der Jungs gut auszukommen Aber wenn nichts mehr hilft, kannst du dich immer noch auf ein Duell einlassen Wenn du gewinnst, wird das den meisten Respekt beibringen Aber achte darauf, dass du nicht versehentlich einen dabei umbringst Denn dann hast du ein fettes Problem Ja, mit allen Jungs gut klarkommen, nicht wahr? Na gut Was sind die Duellregeln? Ganz einfach Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden Eine Beleidigung oder ein anderer Grund zu kämpfen Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen Es sei denn, einer der beiden wird bei dem Duell getötet Was ist mit dir? Wirst du für mich stimmen? Wenn du beweisen kannst, dass du die Aufgaben eines Söldners erfüllst Das kann doch nicht sein, dass ich glaube Hm Hm Ja Welche Aufgaben habe ich als Söldner zu erfüllen? Ona hat uns aus zwei Gründen angehört Er will, dass wir ihm die Milizen vom Hals halten und dass wir auf seinen Höfen für Ordnung sorgen Dazu zählt auch, dass wir die Pacht eintreiben, wenn die kleinen Bauern mal wieder nicht zahlen Also, was darf's sein? Lass mich die Pacht eintreiben Lass mich die Pacht eintreiben Gut, hör zu Der Bauer Sekop hat schon seit Wochen keine Pacht mehr an Ona gezahlt Ona will, dass er 50 Goldmünzen ausspuckt Noch Fragen? Wo ist Sekopshof? Im Norden des Tals Das ist von hier aus gesehen an der großen Feldkreuzung rechts Wenn du Probleme hast, werden die Bauern auf den Feldern dir helfen, dich hier in der Gegend zurecht zu finden Hm Hm Dumme Frage des Heilen Eigentlich waren wir ja schon bei Sekop Ich glaub sogar auch schon im Haus drin Deswegen ist das eigentlich zwar überflüssig, aber egal Mein Gott Egal Korat Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Lee erzählte mir davon Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, was? Also gut, was brauchst du? Und pass bloß auf, was du jetzt sagst Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann ziehe ich dir das Feld über die Ohren Mhm Mhm Ich will mal einen Schluck trinken erstmal Ich will deine Waffe Das könnte wahrscheinlich böse ausgehen Das ebenfalls Das wär scheiße, bring mir weiter wie man kämpft Du könntest mir helfen bei den Söldnern aufgenommen zu werden Du könntest mir helfen bei den Söldnern aufgenommen zu werden Das kann ja heiter werden Gut, werd's versuchen Was noch? Mhm, bring mir bei wie man kämpft Bring mir bei wie man kämpft Na gut, was noch? Ähm, das reicht mir Ja Das reicht mir Wenn's wer nicht ist Und wehe dir, wenn mir zu Ohren kommt Dass du die Klappe nicht halten kannst Und das sag ich nur einmal Klar? Alles klar, Chef So Seine Stimme haben wir schon mal Wir müssen die Pacht eintreiben Ja Ja, die will wirklich keiner hören Aus gutem Grund Die ist nämlich total scheiße Raoul Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Ganz ruhig Ich will mich Lee anschließen Lee hat hier bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen Ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre Das hab ich noch gar nicht gewusst Ich glaube, der Kollege hier braucht wirklich was aufs Maul Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre Er hat umgehalten Na gut Da hinten ist noch ein Söldner Ich überleg gerade, was wir jetzt Ach, warum drück ich denn eigentlich immer die falsche Taste so Mhhh Jaaaa Gehen los, Stufe 6 Ach, Stufe, ach ja stimmt, ich bin ja ein Level abgekommen Hm, Fester Hey Halt's Maul, Halt's Fester Oh mein Gott Wir könnten das denn jetzt gemeinsam angreifen Ah, er ist schwul Und da ist ja noch Greg, der Pirate The Pirate of the Caribbean Oh genau, er ist noch mal ein Nein Okay Hier sind noch ein paar Dunkelpilze Ein schönes Buddlerfleisch Ich würde erstmal mal sagen Wir gehen eben zu Seekopp Feuernessel Feuernessel Feuernessel, sehr wichtig So, wir gehen noch mal zu Seekopp Und Tryben die Was, Degen der Banditen? What the fuck, wo kommt der denn jetzt her? Wir tryben jetzt eben noch mal die Pacht ein Das speichere ich noch mal lieber ab Denn, das könnte unter Umständen dann ungemütlich werden Weil, wer gibt denn schon freiwillig, äh, Geld her? Ich glaube ich hab ein bisschen Was hab ich denn da geschrieben? Too busy Too busy Einfach nur too busy? Was hab ich denn da für ein Mist geschrieben? Naja, scheiß drauf Gehen wir mal eben mit Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nix zu klauen Scher dich weg Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum Du kleines Würstchen, das ist nicht mal dein Land, das gehört Ona Das Land gehört dem Großbauern, du bist ja nur der Pächter Ona will, dass du endlich deine Pacht bezahlst Du bist schon seit Wochen überfällig Was? Unterschick dir einen Halunken wie dich, das glaubst du doch selber nicht Mach, dass du wegkommst, bevor ich mich vergesse Bitte? Rück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein Du Verbrecher gehst mir nicht an den Geldbeutel Du nicht Ah, what the fuck Ah, du kleine Komm schon Uah, verdammt, er hat mich gleich. Huh, eben schnell mal Heiltrank benutzt. Boah, ich hab' ich gleich noch verrecke. Er ist kaputt. Ja. Was willst du denn jetzt? Schlampe. Ah, verpiss dich. Boah, nein. Oh mein Gott, wie viel Damage macht die mir? Fickt euch. Deine Mama ist ein Feigling. Oh mein Gott, Alter. Fast niedergetrampelt von Bauern. Was ist denn da hinten? Keiler. Oh, Feldräuber. Huh, aufpassen. Oh, ich wurde gerade fast kaputt gemacht von Bauern. Das ist interessant. Ich muss ja eigentlich nur mal eben schnell mit dem Sehkorb reden. Ganz ruhig, mein Junge. Ganz ruhig. Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Wo hast du das Geld? Nicht mehr schlagen, bitte. Ich will ja alles machen. Dann zahl deine Pacht. Aber Herr, ich hab doch nichts. Ich bin doch nur ein armes Schwein und halb verhungert. Meine letzte Ernte ist völlig vertrocknet. Ich will meine Pacht bezahlen, aber ich habe einfach nichts. Hab doch Mitleid. Was soll ich machen? Rede keinen Unsinn. Hier regnet es ständig und deine Vorratskammer ist voll. Bezahl jetzt deine Pacht oder ich bring dich um. Nein, bitte. Hier, nimm das Gold. Ich lege sogar noch einen Bonus drauf, wenn du mich nur leben lässt. Das geht doch. Das ist mein Ruin. Ist mir egal, Alter. Ah, meine Fresse. So. Weil du schönes schlafe ich jetzt noch in deinem Bett. Und euch sage ich auch Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.